Liebe Biberfreunde und Freundinnen, die letzte vorproduzierte Folge für diese Woche. Und hier sehen wir die Wasserreserven unserer kleinen Nation. Werden sie reichen, um diese 11 Tage Dürre hier zu überstehen? Wir haben noch 8 Tage und sind schon auf 260 Wasser runter. Ich hoffe es. Ich hoffe inständig, dass sie reichen werden. Und ich würde sagen, weiter geht's mit Timberbohren. Wir sind hier oben am Bauen. Unseren Deich bauen wir fertig. Hier hinten bauen wir weiter. Und nochmal der Hinweis, die Sachen sind vorproduziert. Aber trotzdem immer bitte gerne eure Kommentare in die Videobeschreibung oder unter das Video. Und ich gehe da auf jeden Fall drauf ein. Schreib es mir auf und werde in der nächsten Woche, ich produziere mal wochenweise vor, auf jeden Fall drauf eingehen. So, hier ist eine einsame Pipel, die uns die Karotten erntet. Wir haben genug Essen auf Lager. Das sollte erstmal reichen. Wir haben auch hier genug. Und ja, ich habe es nicht vergessen, der Grill steht noch auf meiner Liste drauf. Aber ja, da ist momentan nicht ganz so viel. Wir sind hier am Bauen. Wir können auf die volle Geschwindigkeit gehen. Wir haben momentan tatsächlich nur die großen Sachen hier. Und ich würde tatsächlich einmal ihn hier priorisieren. Nein, ist halt ein Schmarrn. Den da drunter würde ich gerne priorisieren. Damit ich ungefähr abschätzen kann, wie weit wir mit diesen 31, wie weit wir mit diesen 31 Planken noch hinkommen. Und ich habe so das Gefühl, dass das eventuell ein bisschen knapp werden könnte hier nämlich. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, wenn wir den Bereiche fertig haben, dann sind wir, was das Wasser angeht, denke ich, erstmal... Ich möchte es nicht sagen, in trockenen Tüchern. Ja, doch, ich möchte es schon sagen. Doch, ich denke, wir sind dann durchaus... Doch, ich denke, wir sagen das so. Wir sind dann durchaus in trockenen Tüchern. Und gerade hier bin ich jetzt ernsthaft am überlegen, ob ich hier wirklich, wirklich, wirklich nochmal umplane. Nämlich das Ganze hier lang zu ziehen. Hier vorne durch. Die weg. Ich zeige euch mal, was ich meine. Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann können wir auch einfach hier weiterbauen. An der Stelle. Da kommen wir dann so irgendwo hin. Über diesen Weg. Ein bisschen mehr Holz in die Hand nehmen. Und dann einfach diese Pumpen weiter benutzen. Und diesen ganzen Bereich hier abtrennen. Das wäre eine Möglichkeit. Und da würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe erstmal schlagen. Und ich würde tatsächlich sagen, Wir planen uns das mal durch. Wir planen uns das mal durch. Werden da allerdings noch nicht mit anfangen mit dem Bau. Wir werden das dann pausieren. Aber ihr könnt dann gerne mal in die Videobeschreibung und in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So. Auf welches Level müssen wir? Wir müssen auf das Level. Einmal da hoch, bitte. Ah, da ist wieder so ein komisches Ding, ne? Aber das ist ja kein Problem. Da gehen wir einfach einmal da hin. Hm. Dahin. Dahin. Das ist das Niveau, was wir erhalten wollen. Dann machen wir da mal zwei Schleusen hin. Einmal da. Und dann wollen wir da weiter gehen. Da weiter. Und dann da weiter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwo Wasser verlieren können. Tatsächlich nicht, ne? Nö. Das wäre dann bis hier vorne. Wäre das abgeschlossen. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das sogar besser als die Lösung hier. Da hat ja auch noch gar keiner mit angefangen. Wir machen das weg. Ihr könnt gerne trotzdem nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich finde die Lösung an sich so tatsächlich besser. Das kostet zwar noch ein bisschen mehr. Aber ich denke, wir kommen noch, kommen wir die Dürren damit hin. Wir dürfen jetzt wirklich nur nicht den Fehler machen, dass wir jetzt zu stark wachsen. Ja, also wir müssen jetzt mit diesen zwölf Leuten hinkommen. Dann werden wir mal ein paar sterben. Dann sind wir vielleicht auf sieben, acht runter. Dann müssen wieder welche nachkommen. Das ist einfach so. Und die Pumpe hätten wir dann sogar noch übrig. Und wir könnten dann sogar hier noch eine hinbauen. Hier unten. Und wir könnten dann tatsächlich auch auf die Ebene runter gehen. Und hier noch zwei Pumpen machen. Sodass wir wirklich dann überall auf ein paar ebenen Pumpen bauen. Und die dann selektiv einfach einschalten. Das wäre dann sogar möglich. Also das fände ich eine ganz coole Sache. Ich denke, das werden wir tatsächlich so einplanen. Und damit uns hier nicht zu viel verloren geht. Tja, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das bauen. Ah, jetzt habe ich die schon fertig gebaut hier, ne? Ah. Grrr. Ah, Merde. Man sollte nicht zu voreilig sein. Ja, das war jetzt... Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist verschwendet gewesen. Wir müssen nämlich da runter. Ja, und dann kommen wir hier hinten rum. Können wir auch da runter gehen. Ist ja egal. Es müsste eigentlich egal sein. Einmal da runter, bitte. Dann gehen wir da lang. Und da hinten hin. Und können sie da weiter bauen. Von hier aus kommen sie da hin. Das ist alles im grünen Bereich. Das sollte passen. Das müssten wir alles normal bauen können. Die Frage ist, ob wir wirklich... Da hinten... Ja, doch. Wir müssen da hinten hin. Doch, doch. Wir müssen... Ja, doch. Wir müssen da hinten hin. Anders geht es nicht. Okay. Das ist der Plan. Und ich hoffe mal, dass es ein guter Plan ist. Ich drücke die Daumen. 235 Wasser. Noch reicht es. Wie sieht es hier mit den Wasserreserven aus hier drinnen? Das ist das Thema Verdunstung. Ja. Noch reicht es auch dafür. Okay. Wie viele Biber sind wir? 19, 11. Also ein Biber könnte noch geboren werden. Dann sind wir wieder bei unserer Originalstärke angekommen. Gut. Tja. Das sieht erstmal gar nicht ganz vielversprechend aus. Wir sind übrigens bei 232. Wir könnten dann sogar mal durchgehen und schauen, was wir haben wollen. Doppelplattformen hier, glaube ich, brauchen wir tatsächlich nicht. Zweierschleuse streichen wir, brauchen wir im Moment nicht. Die große, große, große Frage ist, reichen zwei Bierschleusen aus, um das hier zu bewässern? Das ist die große Frage. Da habe ich überhaupt kein Gefühl für, ob der Bereich hier innen drin voll wird mit zwei Schleusen. Ich würde spontan sagen, nein. Deswegen würde ich jetzt sogar dazu übergehen, dass wir, die sind ja noch nicht gebaut. Also die beiden zumindest nicht. Dass wir jetzt sogar dazu übergehen und dass wir uns die freischalten. Und da reicht das Holz definitiv nicht für. Und dass wir die auf der Seite hier hinten bauen. Dort. Das fände ich sogar... Ja, das machen wir. Das machen wir. Dort bauen wir uns die hin. Da müssen wir aber auch auf jeden Fall eins bauen. Nämlich unsere Energieproduktion. Einmal das Strampelrad. Das machen wir tatsächlich mal. Das Sklavenrad machen wir mal direkt daneben. Nee, da müsste eventuell noch ein... Nee, nee, das ist eine doofe Idee. Da müsste nämlich eventuell noch ein... Machen sie da hin. Da kommt eventuell noch ein Treppenhaus hin. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnten wir auch hier hin bauen. Aber wir machen es sicher jetzt aber mal da hinten. Dann haben wir die Plankenproduktion. Da. So. Passt. Also, Beeren haben wir. Karotten werden tatsächlich ein paar wenig jetzt. Also, da haben wir nicht mehr allzu viele. Und da sollten wir auch zusehen. Da sollten wir tatsächlich zusehen, dass wir da noch jemanden einstellen. Wir... Ah, es geht aber nicht. Nee. Hast du denn überhaupt noch Holz? Das ist der letzte Baum, ne? Ich würde sagen, er bringt das Holz erstmal weg. Was er hat. Ins Lager. Und wenn er das geschafft hat... Wenn er das geschafft hat, dann machen wir ihn hier... Dann machen wir ihn hier aus. Ihr seht's. Er bringt seinen ganzen Kram ins Lager. Gott, der hat aber eine ganze Menge hinten gebunkert. Drei liegen da sogar noch. Wow. Gut. Also, das wird noch eine ganze Zeit dauern. Dann könnten wir ihn deaktivieren. Hatte ich jetzt... Nee. 16 Stunden Arbeitszeit liegen an. Passt. So. Wasser 166. Boah. Also, viel mehr als 11 Tage schaffen wir nicht, ne? Boah. Das ist echt krass. Wir müssen den Wassertank bauen. Und auf jeden Fall... Noch zwei weitere. Die müssen auch mit Priorität gebaut werden. Dass wir bei unseren 12 Bibern jetzt auf jeden Fall genug haben. Danach müssen die gebaut werden hier. Mann, Mann, Mann. Wir haben viel zu tun mit unseren 12 Bibern. In zwei Generationen sind die Biber hier fertig. Und da gibt's neuen Holznachschub. Hat der denn noch genug an Holz? Ja, auch noch. Ach. Mann, ich würde gerne... Ich würde gerne irgendwas anderes... Wir müssen eigentlich einen da unten hin abziehen. Damit wir genügend Karotten auf Lager haben. Und ich würde tatsächlich sagen, wir deaktivieren einen Erfinder. Ja. Wir deaktivieren einen Erfinder. Dann sollte hoffentlich... Da einer mit drauf kommen. Okay. So, 300. Damit schalten wir uns jetzt die... Zweite Schleuse frei. Und werden die... Dort hin bauen. Perfekt. Gut. So machen wir das. Und da sitzen unsere Biber am Lagerfeuer. Und klönen über die Bibergeschichten. Und Tobi ist erwachsen geworden. Und Zane wurde geboren. Das ist der letzte Biber. Für den Moment. Noch will ich nicht stärker wachsen. Wir konzentrieren uns jetzt mit den 12 Bibern erstmal darauf, dass wir stückchenweise unsere Bauten fertig bekommen. Ansonsten wirkt mir das hier zu... Ja, zu gefährlich. Und da habe ich... Jetzt muss ich gerade meine Liste gucken. Den guten Tobi. Den Chris. Chris Luva. Du bist an der Reihe. Das ist Chris Luva. In der Generation 1 natürlich. Nicht 2. Chris Luva. Du bist natürlich auch mit dabei. Und wie es sich gehört. Morgen früh gehen wir natürlich auch einmal mit dir mit. Das ist einmal jetzt bitte. Wo ist denn der gute Chris? Hallo? Aufstehen. Chris. Ernsthaft? Aufstehen. Ist 10 Uhr morgens. Dein Vater arbeitet schon. Das ist ja unglaublich. So, was machst du als erstes? Ist wenigstens etwas Anstrengendes zu tun? Boah. Erstmal einen Holzstamm essen. Ich kann mir schon vorstellen, wo er hingeht. Erstmal eine Karotte. Wetten, er holt sich eine Karotte? Könnte ich darauf schwören, dass er sich erst mal eine Karotte holt. Guten Morgen, Sohn. Bist du auch schon aufgestanden? Ja, Mama. Ich habe dir gesagt, du sollst früher aufstehen und aus den Feldern helfen. Nein, Mama. Ich habe keine Lust dazu. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie das in dem Haus da heute Morgen zugegangen ist. Oh Mann. Na gut. Mein lieber Chris. Nimm es mir bitte nicht übel. Da ist er. So. Wie sieht es mit den Beeren aus? Beeren sind fertig. Können also vertrocknen. Einmal ihn weg, bitte. Dann werden wir die Beerenpfanne hier bitte einmal bauen. Mit Priorität Alpha 1. Und dort wird... Die können wir eigentlich sogar abreißen. Der Arbeitsplatz bitte auf hochgesetzt. Gut. Da haben wir jetzt vier Leute drin. Und wir haben nur noch 137 Wasser. Drei Tage noch. Boah, das wird echt knapp, Leute. Das wird echt knapp. Aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt drei Pumpen, die hier eine ganze Menge Wasser erzeugen können. Boah. Also das ist echt krass. Noch viel länger darf so eine Dürre nicht dauern. Das muss uns einfach... Das muss einfach mal bewusst sein. Ich würde wahrscheinlich sogar noch... Tja. Tja. Ich würde wahrscheinlich sogar hier noch einen Wassertank hinbauen. Für sicher. Für die notwendige Sicherheit. Zwölf Biber brauchen am Tag 36 Wasser. Das heißt, das reicht nicht ganz für einen Tag. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Tage, wenn alle voll sind. Ja, das wird ganz schön knapp. Also die 130 Wasser, die brauchen wir die zweieinhalb Tage noch. Das wird echt eine enge Nummer dieses Mal. Also elf Tage Dürre. Hoffentlich haben wir uns da jetzt nicht in ein eigenes Bein gestellt, dass die ersten wieder anfangen zu verdursten. Das wäre ziemlich ärgerlich. So, da gibt es jetzt die ersten Arbeiter. Und wir haben da aber nicht genügend für. Dann werden wir dich erstmal pausieren, bitte. Hier müssten wir jetzt einen Biber haben. Das heißt, da müsste einer raus sein. Wieso sind denn so viele Biber jetzt hier drin? Ah, wir haben den einen Erfinder hier pausiert, ne? Dann lassen wir den Erfinder tatsächlich jetzt mal weiterlaufen. Dass der hier weiterarbeiten kann. Haben wir hier überhaupt einen Holzfäller für? Da kommt gar keiner ran, ne? Das ist ja genial. Jetzt haben wir da Bäume gebaut und da kommt gar kein Holzfäller ran. Ja, Mensch. Uh, was soll's. Auf jeden Fall hat er hier genug zu tun. Damit können wir schon mal weiterbauen. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und wenn ich wetten könnte, würde ich sagen, da kommt keiner ran. Ja, doch, die kommen da ran. Okay, wir haben noch 23 Planken. Wir könnten hier übrigens eine Treppe hochbauen. Dann müssten die auch die ganzen Sachen erreichen können. Das ist ja nur ein Element. Kommen die hier ran, kommen sie auch. Das ist ziemlich gut. Also das sollten wir sogar so fertig bauen können. Das freut mich. So, und Kekkem ist erwachsen geworden. Ähm, habe ich hier über jemanden was sehen? Okay, das ist offensichtlich, dass ich das habe. Jetzt muss ich mal auf meine schlaue Liste gucken, wer noch übrig ist. Den Chris haben wir auch. Und jetzt fehlt tatsächlich, dann können wir schon den Waschbär hier reinsetzen. Oh Gott. Einmal den Waschbär bitte. In der Generation 1. Auch du bist mit dabei. Und bei dir, lieber Waschbär, gehen wir natürlich auch einmal mit. Auch wenn du tatsächlich schon einen richtigen Job hast. Du bist nämlich am Bauen. Hier geht es einmal runter. Du trägst die schwere Bürde, dass du hier unsere zukünftige Produktion hier baust. Jetzt hoffe ich wirklich nur, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Wir sind jetzt natürlich auf, auf eine ganze Menge Biber angewachsen. Das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich, wenn uns jetzt das Wasser ausgehen würde. Ich habe die Gelegenheit genutzt. uns oder mir noch mal was zu trinken zu organisieren. Okay. Puh. 103 Wasser. 1,3 Tage. Das sollte noch ganz knapp reichen. Das sollte reichen. Sind wir übrigens bei 100 Wasser. Ja. Schön. Okay. Volle Geschwindigkeit. Also Wasser haben wir erstmal genug. Die arbeiten an den Karotten. Ah, das wird nicht wenig, aber die Karotten, also dieses Karottenfeld reicht für die 12 Biber. Das ist okay. Aber weniger darf es auch nicht sein. Muss man auch dazu sagen. Und die eiserne Reserve haben wir auch immer noch. Also das ist auch okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt 253 Beeren geerntet. Gut, die machen wir jetzt erstmal weg. Und dann können wir leider Gottes die ganzen Sachen hier abholzen. Die können alle weg. Aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Das machen wir wirklich dann, wenn es soweit ist. 0,8 Tage. Sieht auch gut aus. Und ihr wisst, wir brauchen tatsächlich hier das ganze Wasser jetzt. Das wird echt dringend notwendig. Und der erste Teil des Deiches ist tatsächlich schon fast fertig. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Also haben wir hier überhaupt noch Holz? Auch nicht mehr wirklich, ne? Hm. Okay, den können wir tatsächlich bald abbauen. Der hat noch vier Bäume da hinten. Dann können wir den, dann können wir den killen. Die Frage ist, wo wir ihn hinbauen hier unten. Ich würde sagen, ja, ne? Hier haben wir noch genug Holz. Dann setzen wir den hier hin. Und machen erstmal das Holz da weg. Und mein lieber Chris, du bist auch erwachsen geworden. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt das Wasser wieder. Dürre beendet. Noch brauchen wir die nicht unter Dampf setzen. Noch können wir erstmal so weiterarbeiten. Und das Wasser ist aber jetzt auch verdammt knapp. 64 haben wir nur noch. Also wir merken uns, pro Tag brauchen wir ungefähr so, ja, tatsächlich 30 Wasser. Das kommt ungefähr hin. Das ist ein bisschen weniger. Das sind so wahrscheinlich so zweieinhalb mittlerweile nur noch. Und wir werden tatsächlich hier vorne ein Treppchen bauen. Einmal da. Da einen Weg hin. Hat er das hier eigentlich jetzt gebaut? Ne, noch nicht. Okay. So, das Wasser kommt wieder. Ist noch nicht hier angekommen. Dann werden wir so lange auch tatsächlich hier erstmal noch nichts machen. Da hinten kommt das Wasser ein bisschen langsamer. Das kommt also maßgeblich tatsächlich von hier vorne. Ne, gut. Wichtig, wichtig. Keine Zeit verschwenden. Die müssen jetzt erstmal besetzt werden. Und jetzt müssen wir tatsächlich umplanen. Ob wir genügend Leute haben. Also, Distriktzentrum, Distriktzentrum, Distriktzentrum. Tja, eigentlich sind alle wichtigen Sachen jetzt besetzt, ne? Muss man ja mal sagen. Wir haben unsere Karottenproduktion. Die arbeitet hier mit zwei Leuten. Bären haben wir gesagt, machen wir nicht. Die beiden sind auch pausiert. Die brauchen wir aktuell noch nicht. Wir müssten ihn tatsächlich wieder aktivieren. Der zieht sich hier einen raus. Das ist dann auch kein Problem. Die Annika kann schon mal die ganzen Sachen da neu anpflanzen. Wir können ihr bitte auch einmal Kiefern bitte dort geben. Das kann sie auch bitte mal alles anpflanzen. Wenn wir da unten noch einen Holzfäller, den können wir nämlich auch aktivieren. Da macht es keinen Sinn. Moment. Doch, 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 doch. Da vorne noch Ahorn. So. Der Holzfäller kann weg. Der hat nämlich keinen Job mehr. Dafür bauen wir bitte hier hinten einen hin. Ja, das gefällt mir. Und dann brauchen wir bitte einmal neue Holzbereiche hier. Und einmal dort. Priorität. Alpha bitte. Und dann sollte das passen. Jetzt haben wir hier tatsächlich vier Leute. Oder drei. Das ist derjenige, der hier gleich arbeiten wird. Dann sind wir wieder bei drei. Und dann sollten wir jetzt zwar ein bisschen langsamer sein, aber auch genug Holz rankriegen. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Das ist ja auch eine wichtige Sache. So, Wasser sind wir bei 71. Ich hoffe, dass wir hier genügend Wasser produzieren. Es sollte, 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 sollte aber funktionieren. Wenn wir jetzt natürlich in drei Tagen gleich eine Dürre kriegen, dann wird es hier echt knapp. Das muss man, das muss man, das muss man echt mal sagen. Dann werde ich wahrscheinlich, dann werde ich wahrscheinlich die ganzen Baustellen pausieren. Wie sieht es denn überhaupt mit der Produktivität hier aus? Ah, die liegen nur bei 76 Prozent, ne? Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Wir werden tatsächlich, wir werden tatsächlich diese Sachen hier pausieren. Wir müssen jetzt, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das, dass wir das fertig kriegen? Das halte ich doch für sehr, äh, für sehr unwahrscheinlich. Wir werden das hier mal alles pausieren. Wir müssen die Leute jetzt einfach tragen lassen. So, das sind die Sachen. Da bitte auch. Ich weiß, ob es da für ein Tool gibt, um das zu pausieren. Glaub nicht, ne? Das ist ein Pausieren-Tool. Es gibt nur, es gibt nur das Markieren-Tool. Leider nicht, ne? Ich ziehe das mal gerade durch. Das müssen auch drei sein. Müssen wir jetzt theoretisch alle haben. Der muss auch noch passiert werden. Gut. Dann können sie jetzt hier Wasser mitschleppen. Wir werden natürlich auch hier die Arbeitszeit auf 20 Stunden erhöhen, dass hier einfach genug Wasser produziert wird. Wir müssen jetzt einfach die absolute maximale Priorität an den Tag legen, dass hier wirklich die ganze Zeit Wasser geschleppt wird. Das ist hier wirklich, wirklich, wirklich ganz wichtig. Ansonsten, glaube ich, schaffen wir das nicht. Wenn die Tanks voll sind, dann können wir uns Gedanken machen und weiterbauen. Und dann haben unsere Leute hier wenigstens auch schon mal die Zeit, jetzt hier in Ruhe die Bäume zu fällen. Hier neue Sachen anzupflanzen. Der Förster kann ein bisschen was machen. Das muss jetzt einfach selektiv gebaut werden. Aber wir brauchen das Wasser. Das steht schon mal, das steht schon mal fest. So, jetzt gucken wir nochmal die Priorität, die Produktivität. 65 Prozent. Ist so miserabel. Was macht der denn hier? Was machen die beiden denn überhaupt im Moment? Die sollten eigentlich nichts bauen. 71. 61. Jetzt gucken wir mal, was die Mücke gerade macht. Ah, die sch... Ah, Moment mal. Na klar, die schleppt natürlich auch von anderen Sachen. Ah, das hatte ich über... Hatte ich übersehen. Wir sollten bei denen tatsächlich mal sagen... Ah, wir können sie noch nicht von Schleppern priorisieren, weil wir keinen Schlepperposten haben. Nein! Nein! Das ist ja doof. Das heißt, wenn die als Schlepper gelten, dann können wir sie nicht priorisieren. Uh, das ist ja böse. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Nein! Drei Tage? Ach, du grüne Neune. Boah! In drei Tagen kommt die nächste Dürre. Wir haben noch nicht mal unsere Wasserreserven voll. Heidewitzka. Heidewitzka. Tja, ihr Lieben. Wird unser Wasser reichen, um das Ganze hier voll zu machen? Man weiß es nicht. Und ob es das ist, das erfahrt ihr nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.